So, Frau Gäger, Frau Gäger, ich kann euch wünschen, auch weder Gott zu greifen. Leise ich wieder maler gesagt und was ich hier gesagt habe? Ja, das Programm ist auch so, dass wir hier im Raum bis zum Mittagessen solche Kästen einrichten. Das heißt, solche Häuserkästen bekommen jeder einen. Und diese Leisten gehen dazu, dass wir solche zwei Fäsche einzurichten, entsprechende Größe, oder ein Fundstück. Dazu gibt es hier Sägen, hier gibt es nur so Sägen, die hier sind, die man hier leistet. Da werden wir mit diesen Sägen dann nicht gekriegt, der Rettkrieg, die man soll, leistens reist sehen. Und wir müssen auch noch ganz besser suchen können, haben die Normalsteine, dass es hier ausbreitet oder anliegen, im Leichten nicht schlecht machen, die Leistens der Jäger zu erzielen. Und dann haben wir Klebe, dann werden die Leisten eingekippt, das ist das Programm, das wir zum Mittagessen machen. Und dann sehen wir uns eine Sammlung an. Das heißt, das hat wir hier und hier. Das ist das Programm. Vielen Dank. 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 Oh my God. Yeah.